Da haben wir den epischen Hängegleiter Season 4, mächtiger Marvel Schirm und der sieht einfach mal mega krass aus. Wir gucken uns das mal ganz kurz im Spiel an. Danke an Max und East, die hier den epischen Sieg geholt haben. Geil oder Leute? Einfach nur, einfach nur hammergeil. Hammergeil, hammergeil, danke.